Also Fakt ist, Kamin Rajabi, das hat er gesagt, boxt seitdem er zehn Jahre alt ist. Also scheint schon eher aus dem Standkampf zu kommen, fängt sich da aber direkt erst mal ein Licken-Aufwärts-Haken von Palokai, der hier... Palokai bringt ihn zu Boden, den Takedown sucht. Ja, und ja, ich glaube, das mit dem Ring hat sich erübrigt. Ja, auf jeden Fall ist er in der Turtle-Position.